Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Neidos Prime Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt ein Forma und sieht folgendermaßen aus. Wir haben als Aura Steel Charge drin, dadurch machen wir 60% mehr Millidamage. Da kann ich gleich vorweg sagen, wenn ihr eine Alternative haben wollt als Aura vs Growing Power, kann ich euch auch einmal zeigen, das wäre der Mod. Dafür müsstet ihr aber einen weiteren Forma in den Bild investieren, denn ihr könnt ihn nicht einfach so austauschen, denn da seht ihr schon, leuchtet rot und euch fehlen dann dementsprechend Punkte. Also ein Forma mehr und dann dementsprechend ist das möglich, das auszutauschen. Ansonsten 60% Millidamage, dann haben wir plus 99% Fähigkeiten Stärke, minus 50% Fähigkeiten Effizienz. Dann haben wir 45% des Damage, der auf unser Leben geht, bekommen wir als Energie wieder zurück. Da wir kein Schild haben, sondern nur Leben haben, ist also jeder Schaden, den wir bekommen, direkt Schaden auf unser Leben und dementsprechend bekommen wir davon 45% als Energie wieder zurück. Dann haben wir plus 30% Fähigkeiten Reichweite, dann haben wir plus 10% Resistenz über 20 Sekunden und bis zu 90% Stapelbar. Heißt, wir kriegen zum Beispiel Hitzeschaden, für jedes Mal Hitzeschaden, den wir kriegen, geht unsere Resistenz bis auf 90% hoch. In dem Fall neunmal werden wir getroffen und dann haben wir 90% Reduktion Hitzeschadens. Dann haben wir plus 30% Fähigkeiten Effizienz, dann haben wir plus 77% Fähigkeiten Stärke, plus 770% Leben und plus 192,5% Amor. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Umbral-Mods nicht habt, dementsprechend die Standard-Mods nehmen mit der normalen Stärke des normalen Lebens und würdet dadurch natürlich dann aber dementsprechend geringere Werte haben. Aber es wäre eine Möglichkeit und eine Alternative. Wenn wir uns die Werte einmal im Gesamt angucken, haben wir eine Dauer von 100%, eine Effizienz von 75%, eine Reichweite von 130% und Stärke von 291%. Der Bild ist eigentlich auf keine spezielle Fähigkeit ausgebaut, denn hier bei Nidos sind die Fähigkeiten alle mehr oder weniger in der Kombination. Es gibt eine Besonderheit noch, die bei der dritten und vierten Fähigkeit ist, denn ihr sammelt mit der ersten Fähigkeit Aufladung, wie ihr da am Bildschirmrand gerade seht, wo ich das Feld hier offen habe. Und mit diesen Aufladungen braucht ihr einmal eine, um den Link, also die dritte Fähigkeit zu aktivieren und drei, um die vierte Fähigkeit zu aktivieren. Das steht da auch mit drin, Mutation-Stack-Kosten ist hier drei und hier dementsprechend eine. Was machen die Fähigkeiten? Die zweite Fähigkeit saugt die Gegner zusammen in ein... Ja, wir gucken es uns einfach an. Ich glaube, das ist am besten dargestellt. Bevor wir hier lange reden, zeige ich euch einmal, was genau passiert und das ist dann definitiv besser. Mit der zweiten Fähigkeit werden einmal die Gegner, die im Umkreis sind, zusammengezogen und jetzt haben wir natürlich keine Energie, müssen wir nochmal zurück. Das ist natürlich ganz blöd gelaufen, hätte ich mal vorher dran denken sollen, ein bisschen Energie mitnehmen, denn jetzt kommt die Kombination mehr oder weniger aus diesen Fähigkeiten. Ihr macht einmal die zwei, sammelt die Gegner alle schön zusammen, dann benutzt ihr eure eins und dann seht ihr schon unten rechts, die, äh, der Stack geht hoch und jetzt ist die Fähigkeit drei und vier verfügbar. Wie gesagt, die vierte Fähigkeit benötigt drei Stacks, die dritte Fähigkeit ein Stack. Äh, jedes Mal, wenn ihr die erste Fähigkeit benutzt, bekommt ihr eine gewisse Anzahl an Energie zurück, wenn ihr Gegner trefft. Ich mach mal hier jetzt einfach hin, wir treffen gar nichts, wir verlieren Energie. Die Gegner sind alle schön hier zusammen, wir treffen sie und ihr seht, ich verliere nicht zusätzlich Energie, sondern bekomme mehr oder weniger, äh, die gleiche Anzahl wieder zurück. Je nachdem, wie viele Gegner es ist, dementsprechend bekommt ihr dann auch Energie zurück. Äh, die dritte Fähigkeit ist, ihr könnt euch mit, äh, entweder einem Teammate oder halt einen Gegner verlinken und bekommt dadurch dann noch einmal Bonus-Damage. Die vierte Fähigkeit ist so, ich nenne es mal, ein schöner mutierter Teppich unter euch, der euch zusätzlich noch eine Lebensregeneration gibt. Die Stacks, wie gesagt, macht ihr mit der Eins immer weiter hoch. Ihr seht schon, da sind so kleine, ich nenne sie jetzt mal mutierte Karnickel, die die Gegner angreifen, die kommen durch unsere vierte Fähigkeit, da sind sie wieder, sie greifen die Gegner an und, ja, das ist es. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal angucken, gehen wir noch einmal hier rein zu den Mods. Wie gesagt, ihr könntet ihn noch, wenn ihr in Forma mehr investieren wollt, noch ein bisschen verändern, indem ihr Growing Power dann rein tut. Das wäre zum Beispiel eine gute Alternative. Ähm, die dritte Fähigkeit, wie ich schon sagte, ist nicht nur die Möglichkeit, dass ihr es auf den Gegner drauf macht, um diesen, äh, Damage-Bonus zu bekommen, sondern ihr könnt ihn natürlich auch auf einen Teammate, äh, machen und, ähm, äh, würdet dann dementsprechend auch den Damage-Bonus bekommen. Ja, ansonsten kann man auch gar nicht viel zu dem Bild sagen. Wie gesagt, der Bild für Nydos ist eine Kombination aus allen Fähigkeiten, da Nydos, äh, mit allen Fähigkeiten gut in der Kombination, äh, arbeitet und funktioniert. Und, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet, wie euer Bild aussieht. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!